Hey Girls, come around, if you think you're hot. Magnolia Santura, wuuuuh! Hallo zusammen, die Feiertage sind vorbei und wir haben euch gezeigt, was man alles für tolle Süßigkeiten machen und essen kann. Und deswegen müssen wir die jetzt auch wieder abtrainieren. Wir haben euch ganz tolle Übungen zusammengestellt, also unsere Liebsten, die man halt einfach so zu Hause machen kann, die nicht super viel verlangen. Ja, die sind nicht so anstrengend, die kriegt ihr alle hin. Genau, es sind drei für den Po, drei für den Bauch und zwei für die Arme, weil wir wollen ja keine Madonna-Arme. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Genau! Wir fangen mit der ersten Übung an, das ist eine Bauchübung. Also wir haben uns überlegt, wir fangen Bauch, Beine, Po und Arme. Das ist die Reihenfolge. Und wir fangen mit der ersten Bauchübung an. Also dafür legt euch einfach auf den Rücken. Darauf achten, dass ihr kein Hohlkreuz habt. Ich zum Beispiel neige zu einem Hohlkreuz. Und macht dann die Beine hoch in so einem 90 Grad Winkel. Ich hoffe, das sind jetzt gerade 90 Grad. Und dann geht ihr ganz langsam runter. Und dann geht ihr langsam wieder hoch und wechselt das so ab und tippt unten so an. Das geht dann hier unten auf die unteren Bauchmuskeln. Ihr müsst auch darauf achten, dass ihr die anstrengt. Aber die sind eigentlich automatisch angestrengt. Und das könnt ihr dann so 15 bis 20 Mal machen. Und dann halt, je nachdem, ein paar Wiederholungen. Die zweite Übung für den Bauch, dafür legt ihr euch auch auf den Rücken. Ich erkläre das jetzt mal noch, wo ich gerade noch nicht Sport mache. Und dann benutzt ihr einfach eure Beine und schlagt die immer so über Kreuz, wie so eine Schere. Und da müsst ihr auch gut drauf achten, dass ihr auch kein Hohlkreuz macht, weil sonst geht das ganz schön auf den Rücken. Wir machen das jetzt einfach mal mit Lehn. Also hinlegen. Und dann die Hände am besten unter dem Po. Das ist immer ganz gut, so vermeidet ihr dieses Hohlkreuz. Und dann einfach die Beine ausstrecken. Und immer überkreuzen. Und das auch so ungefähr 15 bis 20 Mal. Je nachdem, wie ihr es schafft. Und man merkt schon, dass das dann ganz schön auf die Bauchmuskeln geht. Bei der dritten Bauchmuskelübung beugt ihr euch so, also ihr winkelt die Beine an. Und dann beugt ihr euch so ein bisschen nach hinten. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist fast schon, ja genau. Und macht den Rücken möglichst gerade. Dann gebt ihr die Arme nach vorne. Und dann beugt ihr euch jeweils nach hinten und macht den Arm so zurück. Und das sind immer so hin und her. Und davon macht ihr dann auch 15 bis 20 und dann mehrere Wiederholungen. Also das waren jetzt unsere drei Bauchübungen, die wir euch zeigen wollten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, das wissen wir. Aber wir wollten so ein bisschen was anderes machen als die typischen Sit-Ups und so. Die ihr ja sowieso alle kennt. Und wir versuchen immer so 15 bis 20 Mal diese Übungen zu machen. Und dann immer so zwei bis drei Wiederholungen. Je nachdem, wie ihr könnt. Wenn ihr dann schon geübter seid und die Übungen schon locker hinkriegt, dann könnt ihr natürlich auch immer mehr Wiederholungen machen. Die erste Übung für die Beine sind Ausfallschritte. Kennt ihr alle, alt bewährt. Aber es ist auf jeden Fall eine super effektive Übung. Das geht auf die Oberschenkel. Das werdet ihr in den Waden merken und auch im Po. Und es gibt verschiedene Varianten, wie man die machen kann. Ich mache es immer so, dass ich mit einem Bein nach vorne gehe. Zweimal leicht wippe. Dann wieder zurückgehe in die Ausgangsposition. Und dann mit dem anderen Bein das mache. Und das könnt ihr auch 15 bis 20 Mal für jedes Bein wiederholen. Und so oft, wie ihr wollt, diese einzelnen Wiederholungen halt machen. Und genau, ich würde sagen, wir legen los. Wenn ihr in eurem Ausfallschritt seid, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass das Knie nicht über der Spitze des Fußes ist. Seid schön gerade. Macht keinen komischen, krummen Rücken. Macht aber auch kein totales Hohlkreuz. Also versucht euch möglichst schön gerade zu halten. Und dann eben zweimal wippen. Zurück. Und das andere Bein. Schön synchron. Wenn ihr es euch noch ein bisschen schwieriger machen wollt, dann könnt ihr einfach Wasserflaschen nehmen für extra Gewichte oder einfach Handeln, falls ihr die auch schon zu Hause habt. Und da könnt ihr entweder das so machen, dass ihr die Wasserflaschen einfach neben euch nehmt, wenn ihr die Ausfallschritte macht. Oder aber auch, was du ab und zu mal machst. Einfach so ein bisschen Stämmen nehmen, oder? Ja, das sieht noch viel hartkommissiger aus. Genau, einfach so. Oder eben ganz locker einfach neben sich. Bei der nächsten Übung für den Po gibt es verschiedene Varianten. Also als erstes gehen wir mal hier in die Position. Ihr könnt dann entweder so bleiben. Ich gehe aber lieber runter auf die Ellenbogen. Oder Unterarme. Oder wo man da so drauf geht. Und dann nehmt ihr euer Bein und könnt es entweder so im rechten Winkel hoch machen. Oder ganz hoch. Und geht dann wieder runter. Ich gehe aber lieber ganz hoch, weil das dann richtig schön in den Po geht. Dabei den Fuß immer so ein bisschen strecken. Und dann einfach ganz hoch. Die letzte Übung für die Beine und für den Po. Und dann haben wir diese Kategorie schon geschafft. Wir machen Squats. Und zwar stellt ihr euch da einfach so schulterbreit auf. Und dann Squats kennt ihr ja sicherlich auch. Die Arme mache ich immer so zur Faust nach vorne. Und dann schön nach unten, dass die Beine möglichst im 90 Grad Winkel sind. Schön den Hintern raus strecken. Aber eben versuchen trotzdem von der Haltung her schön gerade zu bleiben. Kein Hohlkreuz machen. Kein Buckel machen. Und Knie wieder nicht über die Zehenspitzen. Genau. Und dann versuche ich immer davon so 10 bis 15 Stück zu machen. Und bei dem letzten versuche ich dann immer ungefähr 5 Sekunden zu halten. Also wir machen jetzt mal noch zwei. Eins. Zwei. Zwei. Und beim dritten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und hoch. Als nächstes haben wir die erste Armübung. Das ist praktisch klassisch mit modern gekreuzt. So drücke ich es jetzt einfach mal aus. Und zwar gehen wir in die Frauen Liegestützhaltung. Weil. Wir sind Frauen. Wir sind Frauen. Ruhig. Nicht ganz so eng die Arme. Weil wir wollen ja lieber eigentlich die Brust machen. Ich habe gehört, wenn man auseinander geht, dann ist das eher für die Brust. Ja. So. Und dann geht ihr runter. Also ihr geht runter. Und dann geht ihr hoch. Und dann könnt ihr entweder den Arm hoch machen. Und runter. Und dann halt immer wieder runter. Und den Arm hoch. Da könnt ihr auch die Seiten dann wechseln. Ihr könnt aber auch die gleiche Seite machen. Ja. So. Oder ihr könnt den Arm auch nach vorne machen. Das wäre dann die Variante. Ihr könnt das auch alles so immer wechseln. Also schöne Kombiübung. Genau. Und dann gibt es auch noch die dritte Variante. Das ist runter. Und dann so den Arm anziehen. Das könnt ihr dann auch noch mit einer Wasserflasche oder so zum Beispiel verbinden. Die ihr dann halt so als Gewicht hochnehmt. Genau. So, die letzte Armübung. Da wirken wir nochmal so ein bisschen unserem Winkearm entgegen. Das ist ein ziemliches Problem von Frauen, finde ich. Also das sieht immer nicht so schön aus, wenn das hier unten so sehr untrainiert rumschwabbelt. Und ich finde eine Übung dafür richtig, richtig cool. Und zwar könnt ihr euch da einfach zu Hause irgendwas, eine Kante suchen. Also entweder eine Stuhlkante, eine Tischkante, wenn er nicht ganz so hoch ist. Oder ich habe jetzt hier einfach mal ein Sofa, auf das ich mich abstützen werde. Und zwar nehmt ihr einfach eure Arme, stützt euch hier an dieser Kante ab. Versucht, dass es möglichst nicht ganz so flach ist. Startet da eher mit etwas Höherem. Dann ist es nicht ganz so schwer. Und dann nehmt ihr eure Beine wieder so im 90 Grad Winkel ungefähr und dann geht ihr einfach runter und wieder hoch. Und da werdet ihr merken, dass es hier ziemlich zieht. Also wenn es zieht, dann ist es gut. Und da versuche ich auch so 10-15 Stück zu machen und das dann 2-3 Mal zu wiederholen. Und das ist wie gesagt eine sehr effektive Armübung. Wenn ihr die ganzen Übungen dann zusammenrechnet, sind das auch nur so 10-15 Minuten, die man morgens oder abends eigentlich immer frei hat. Ihr dürft jetzt natürlich nicht irgendwie, wenn ihr das 3-mal die Woche macht, nach 2 Tagen den Mörder-Buddy erwarten. Aber irgendwann seht ihr auf jeden Fall einen Fortschritt und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Genau, wir versuchen auch dran zu bleiben und die Übungen schön regelmäßig und kontinuierlich zu machen und dann wird das auch. Wir haben ja auch gute Vorsätze für 2015. Die haben wir euch hier übrigens auch nochmal verlinkt. Da gibt es ein Video zu. Und dann verlinken wir euch auch nochmal die Morgenroutine aus Paris. Und wir würden sagen bis zum nächsten Mal und macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.